Was ist das Schweiger, mittelständisches Unternehmen der Energiewirtschaft aus Deutschland? Zum Thema Better Regulation nachhaltige Energie- und Umweltpolitik. Nachhaltigkeit ist ein elementares Ziel der Energiewirtschaft. Nachhaltigkeit bildet ebenso den Leitgedanken beim Umweltschutz. Energie- und umweltspezifische Anforderungen stehen aber nicht immer in einem konkurrenten Verhältnis zueinander. Die daraus resultierende Konfliktsituation bildet eine schwierige Aufgabe für den Gesetzgeber der Mitgliedstaaten und übergeordnete Europäische Union. Derzeit finden wir in unserer Energiebranche ein sehr kompliziertes und unsicheres Rechtssystem vor. Als Unternehmer werden wir bei der praktischen Rechtsumsetzung tagtäglich mit einer sehr komplexen Materie konfrontiert. Selbst die Kommission hat das Problem erkannt und auf höchster Ebene 2013 die Agenda Better Regulation eingeführt. Die Initiative wird aber nur dann funktionieren, wenn man sie konsequent von der EU-Ebene bis zur untersten Vollzugsbehörde in den Mitgliedstaaten transportiert. Für uns Unternehmen stellt sich dabei die Frage, ob diese gute Idee nur auf der EU-Ebene praktiziert wird oder ob sie notwendigerweise auch in den Mitgliedstaaten durchgesetzt werden kann. In unserem Fall für eine mittelstandsfreundliche und umweltverträgliche Energiewirtschaft, die den Nachhaltigkeitsanforderungen voll und ganz gerecht wird. Auch für die Regulierung gilt der Nachhaltigkeitsgrundsatz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.